Topaz. Topaz ist ein Mineral. Topaz ist auch ein Edelstein, ein Heilstein. Topaz wird auch bezeichnet als Wassertropfen, als Tarnstein. Es wird bezeichnet als Püknit, als Stangenstein oder auch als Schorlet. Topaz ist charakteristisch durch eine durchsichtige Farbe. Topaz wird manchmal auch als Feindersdiamond bezeichnet oder auch als Sklavendiamant oder auch als Sächsischer Diamant. Topaz besteht aus Inselsilikat, hat auch Fluor- und Hydroxidionen. Und so gibt es verschiedene Zusammensetzungen. Plot Topaz ist jedenfalls ein durchsichtiger Stein. Er kann leicht blau gefärbt werden oder auch andere Farben haben. Topaz war schon im alten Griechenland wichtig. Auch im alten Rom wurde Topaz bekannt. Plinius der Ältere benannte Topaz nach der Insel Topazos, die heutige St. Johannes-Insel im Roten Meer. Allerdings war es kein grüner Topaz, den er beschrieb, sondern ein grüner Peridot. Der wurde lange mit Topaz verwechselt. Manchmal sagt man auch, dass Topaz vom Sanskrit her stammt Tapas. Tapas heißt Feuer, Leuchten und Strahlen. Topaz wurde auch in der Bibel erwähnt und in der Offenbarung des Johannes war Topaz der neunte der zwölf Grundsteine der Jerusalemer Stadtmauer. Topaz wurde in der Antike mit Zeus in Verbindung gebracht und damit auch mit Jupiter. Topaz war ein Machtsymbol der Herrscher. Topaz sollte den Herrschern die Weisheit für das Amt geben. Auch Hildegard von Bingen beschrieb die Heilwirkungen des Topaz. Sie empfahl Topaz besonders bei Fieber und bei Beschwerden von Herz und Magen. Topaz wird leicht mit anderen Edelsteinen verwechselt. Es gab auch mal einen Topaz, der für einen Diamanten gehalten wurde und 1740 in die portugiesische Krone eingearbeitet wurde. Es gibt viele verschiedene Anwendungen von Topaz. Topaz gilt also als hilfreich im Körperlich gesehen für Hals und Stimme. Topaz ist gut gegen Heiserkeit, gut bei Thrombosen und bei Krampfadern. Topaz gilt auch als Stein der Künstler und als Inspirationsstein. Wer viel spricht, dem kann man empfehlen, Topaz 20 Minuten täglich auf das Halschakra zu legen, insbesondere den Blau-Topaz. Also wenn du viel sprechen musst, Yoga-Stunden gibst oder anderes, dann kannst du ein Blau-Topaz auf dein Halschakra legen, zum Beispiel während der Tiefenentspannung. Topaz gilt auch als Stein, der ein zufriedenstellendes glückliches Gefühlsleben erzeugt. Topaz hilft eigenständig durch das Leben zu gehen. Topaz hilft zur Entfaltung der eigenen Fähigkeiten. Topaz hilft auch, dass man aufrichtig ist und dass man Erfolg und Anerkennung bekommt. Topaz gilt auch als Stein für Entspannung, hilft gegen Nervosität. Topaz ist also ein hilfreicher Stein für Klarheit des Geistes. Anwendung von Topaz kann man verwenden als Edelsteinwasser. Man kann Topaz zum Beispiel in ein Reagenzglas geben und dieses in eine Karaffe reingeben. Man kann Topaz auch verwenden als Meditationsstein. Man kann Tratak üben mit Topaz. Für den Körper wirkt Topaz am besten als Kette. Topaz wird gerne dem Halschakra zugeordnet, aber manchmal auch dem Sakralchakra und dem Solarplexus. Topaz gilt als Hauptstein für Wassermann, Löwe und Jungfrau. Mehr über Topaz und andere Edelsteine findest du zum Beispiel auf edelsteine.net wie auch auf Wikipedia. Wikipedia